Motivation lässt einen förmlich fliegen. Wenn man motiviert ist, dann arbeitet man konzentrierter und effektiver. Außerdem steckt man eventuelle Durststrecken weg, wie sie bei größeren Aufgaben und bei jeglichem Entwicklungsprozess immer mal auftauchen. In dieser Podcast-Folge erfährst Du 5 Faktoren, welche einen entscheidenden Einfluss auf Deine Motivation haben. Herzlich Willkommen beim Intuitionsgeflüster. Mein Name ist Christine Arndt und als professioneller Coach begleite ich Dich auf Deiner persönlichen Transformationsreise von der ängstlichen Zweiflerin zur selbstbewussten Umsetzungsqueen. Intuitiv, authentisch, leicht. So schön, dass Du mit dabei bist und ganz viel Freude beim Zuhören. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Du kennst es sicherlich auch, gerade am Anfang von einem Projekt oder einem neuen Lebensabschnitt ist man hoch motiviert. Der Zustand des Neuen lässt einen schon fast schweben. Anfang ist noch vergleichsweise leicht. Viel schwieriger ist es, dran zu bleiben, wenn die Anfangszeit vorbei ist und sich die ersten Probleme zeigen. Das ist wie mit einer neuen Liebe. Anfangs hat man die rosa-rote Brille auf. Doch irgendwann löst sich der Schleier des Verliebtseins und man sieht sein Gegenüber viel realistischer als am Anfang. Seitdem ich selbstständig bin, habe ich viele Selbstständige kommen und gehen sehen. Diese sind anfangs hochmotiviert gestartet. Viele glauben, dass der Schritt in die Selbstständigkeit das Schwierigste ist. Nein, auch hier ist es tatsächlich das Dranbleiben. Das durfte ich auch selbst erst mit den Jahren immer mehr erkennen. Viele arbeiten direkt von Anfang an 14 Stunden oder mehr, wenn sie Vollzeit starten. Doch ein Businessaufbau ist kein Sprint, sondern vielmehr ein Marathon. So schnell viele gekommen sind, genauso schnell sind sie wieder weg vom Fenster. Weil sich der Erfolg oftmals nicht innerhalb von drei oder sechs Monaten einstellt, wie viele glauben, dass es funktionieren muss. Doch was tust du, wenn die Motivation ausbleibt, wenn du dich für eine Aufgabe so überhaupt nicht erwerben kannst? Die Zähne zusammenbeißen und so gut wie möglich durchhalten? Oder in die Motivationstrickkiste greifen, um sich mithilfe von toller Belohnung wieder in Bewegung zu setzen? Das geht manchmal aber nicht auf Dauer. Denn leider funktioniert die Motivation nicht wie ein Esel, der sich in Bewegung setzt, nur weil man ihm eine Karotte vor die Nase hält. Motivation entsteht auch in den allermeisten Fällen nicht, wenn man darauf wartet, auf den Punkt, dass man sich motiviert fühlt, um anzufangen. Sondern Motivation entsteht beim Tun. Darauf zu warten, dass sie wie von Zauberhand plötzlich spürbar ist, funktioniert definitiv nicht. Motivation ist der innere Antrieb oder auch die Energie, die eine Person dazu bewegt, bestimmte Handlungen auszuführen oder ihre Ziele zu verfolgen. Die Motivation beeinflusst das Verhalten, wie stark wir uns für eine Aufgabe engagieren und wie lange wir bei Herausforderungen durchhalten. Motivation ist ein zentrales Konzept in der Psychologie und kann grob in zwei Haupttypen unterteilt werden. Die intrinsische und die extrinsische Motivation. Intrinsische Motivation kommt von innen, aus der eigenen Person heraus. Sie entsteht, wenn jemand eine Tätigkeit um ihre Selbstwillen ausführt. Weil sie Freude bereitet, interessant ist oder als persönlich befriedigend empfunden wird. Menschen, die intrinsisch motiviert sind, handeln nicht aufgrund äußerer Belohnungen oder gar Zwänge, sondern weil die Tätigkeit selbst ihre Erfüllung bringt. Zum Beispiel starten viele Frauen in die Selbstständigkeit, weil sie gern einen größeren Impact im Leben der anderen Menschen kreieren wollen oder ihren persönlichen Beitrag für die Welt leisten möchten, was im Angestelltenverhältnis nur bedingt der Fall ist. Extrinsische Motivation entsteht hingegen durch äußere Einflüsse oder Belohnungen. Menschen sind extrinsisch motiviert, wenn sie eine Aufgabe nicht aus eigenem Interesse, sondern wegen der erwarteten Konsequenzen oder Belohnungen ausführen. Diese Belohnungen können in materieller Form sein, Geld oder Auszeichnungen, sozialer Natur wie Anerkennung oder Lob oder auch in Form von Vermeidung negativer Konsequenzen wie Bestrafung oder Kritik. Zum Beispiel arbeiten viele Menschen hart, um mehr Geld zu verdienen oder sie möchten einen Auftrag zur absoluten Zufriedenheit des Kunden erfüllen, um Kritik oder Ärger zu vermeiden. Der Hauptunterschied zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation liegt also in der Quelle der Motivation. Intrinsische Motivation kommt aus dem Inneren der Person, während extrinsische Motivation durch äußere Faktoren bedingt wird. Intrinsische Motivation wird oft als nachhaltiger angesehen, weil sie tiefere Zufriedenheit und langfristige Erfüllung bietet. Menschen, die aus intrinsischen Gründen handeln, zeigen oft mehr Ausdauer und Engagement. Extrinsische Motivation kann wirksam sein, um kurzfristige Ziele zu erreichen oder Menschen zu motivieren, Aufgaben zu erledigen, die sie sonst vermeiden würden. Allerdings kann sie nur flüchtig sein und verliert oft an Wirkung, wenn die äußeren Anreize wegfallen. In vielen Lebensbereichen wird oft versucht, beide Formen der Motivation zu kombinieren, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Wenn du aktuell dich nicht so wirklich aufraffen kannst für dein Business, obwohl du eigentlich weißt, was du tun sollst, dann vereinbare dir jetzt deine unverbindliche Tiefenanalyse über den Link in den Shownotes. In der Tiefenanalyse gehen wir dein Warum auf den Grund. Warum bist du mit der Selbstständigkeit gestartet? Warum tust du das, was du tun möchtest? Wenn du darüber mehr Klarheit hast, wird die Motivation von ganz allein wieder in dein Leben kommen. Bis dahin empfehle ich dir diese fünf Faktoren, um deine Motivation zu steigern. Faktor Nummer eins, setze dir konkrete Ziele. Der wichtigste Freund der Motivation sind Ziele. Das ist einfach so. Wenn du genau weißt, wo du hin willst und warum, wird dein Schritt sofort beschwingter. Viele Menschen kennen tatsächlich ihr Warum nicht. Sie wissen auch nicht, warum sie Dinge tun in ihrem Leben, sondern sie tun es einfach. Wenn du dein konkretes Ziel hingegen nicht kennst, fühlt es sich eher so an, als würde man wie ein Boot auf dem Ozean treiben, ziellos auf den Wellen hin und her schaukeln. Man ist dann wie ein Spielball des Lebens, welcher lediglich auf äußere Gegebenheiten reagiert, aber nicht agiert. Doch ganz anders ist es, wenn man den Kompass konkret eingestellt hat. Auch da wird man mit unvorhergesehenen Situationen konfrontiert. Doch mit dem Ziel vor Augen bleibt man handlungsfähig, anstatt sich schon fast ohnmächtig der Situation ausgeliefert zu fühlen. Der Wunsch, ein Ziel zu erreichen, setzt über das Unterbewusstsein ein ungeheures Schubkraft frei. Carl Gustav Jung, der Begründer der analytischen Psychologie, hat dafür das Bild des Eisbergs gefunden. Er verglich das Bewusstsein mit der Spitze des Eisberges, die über die Wasseroberfläche emporragt, während sich 95% unter Wasser befinden. Genau wie der größte Teil des Eisbergs entzieht sich auch das Unterbewusstsein der eigenen Sicht und ist dennoch ungeheuer mächtig. Wenn du dir Ziele setzt, dann nutze die Kraft des Unterbewusstseins. Damit verändert sich alles, deine Wahrnehmung, Motivation sowie die Bereitschaft, Energie zu investieren. Definiere konkret, was du erreichen willst. Zum Beispiel in drei Monaten möchte ich 15% mehr Follower auf Social Media, damit mehr Menschen auf mein Angebot aufmerksam werden. Das wirkt viel attraktiver, als zu sagen, ich möchte meine Reichweite auf Social Media erweitern. Mache dir auch den Nutzen klar. Was habe ich davon, wenn ich 15% mehr Follower habe? Welchen meiner Ziele dient das? Warum ist es für mich und mein Business wichtig? Was soll am Ende neu, anders oder besser sein? Wenn du diese Fragen für dich klar beantworten kannst, hilft dir, das dran zu bleiben. Überprüfe, was du in dieses Ziel investieren willst. Sei es zeitlich, finanziell, mental, emotional oder sozial. Wenn du bereits beim Auflisten dieser Investition Widerstand in dir spürst, solltest du das Ziel entsprechend abändern. Aber frage dich vorher unbedingt, was für eine Funktion dieser Widerstand hat. Hast du wirklich zu wenig Zeit für Social Media oder glaubst du, das Ziel sowieso nicht erreichen zu können? Das ist ein entscheidender Unterschied. Lass dich von deinem Ego nicht in die Irre fühlen. Formuliere einen praxistauglichen Umsetzungsplan. Ich reserviere mir pro Tag mindestens 30 Minuten, wo ich auf Social Media interagiere mit Followern oder mit fremden Accounts durch kommentieren, teilen und liken. Nutze das Unterbewusstsein genauso für kurzfristige Ziele, wie etwa die täglichen To-dos. Stelle dir deine Arbeitsstunden wie eine flache Landschaft vor. Die Ziele sind wie große Pflöcke, die du dort eingeschlagen hast, damit sie dir Orientierung geben. Wenn du zum Beispiel morgen mit einem neuen Projekt beginnen möchtest, setzt du dir das Ziel, vormittags drei Stunden zu reservieren, um die Grobplanung abzuschließen. Notiere dir das auch so konkret wie möglich auf deine To-do-Liste. Das ist das Hauptziel für den Tag. Sobald du das akzeptiert hast, wirst du es nicht mehr aus dem Blick verlieren und Aufgaben, die sich zwischendurch auftun, auf später verschieben, um dich so nicht ablenken zu lassen. Faktor Nummer 2. Behalte deine persönliche Arbeitsweise im Blick. Stell dir vor, du möchtest ein neues Projekt angehen, womit du dich gedanklich bereits eine Weile beschäftigst. Doch für die Umsetzung war bislang noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen. Endlich passen die Gegebenheiten. Voller Begeisterung stürzt du dich in die Arbeit. Doch nach ein paar Stunden konzentrierter Informationsrecherche und den ersten Entwürfen geht dir die Puste aus, weil es irgendwie doch viel umfangreicher ist, als ursprünglich gedacht. Du hast dich und deine Motivation heftig gefordert, denn wen wundert's, wenn du dich nach vielen Stunden ohne Pause ausgebrannt und leer fühlst. Genieße erst einmal das Erreichte. Du hast dich überwunden und damit angefangen und sogar schon einen ersten Zwischenstand erreicht. Denn auch Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Leider überschätzen wir viel zu oft, was wir an einem Tag schaffen können und unterschätzen, was wir in einem Jahr alles erreichen können. Die Motivation wird dir umso zuverlässiger zur Verfügung stehen, je realistischer du deine Aufgabenplanung machst. Dabei achte auf deine Fähigkeiten und Kenntnisse. Wo liegen deine Stärken und Schwächen? Was kannst du für das Ziel konkret einsetzen? Was musst du dir erarbeiten? Wo benötigst du vielleicht Unterstützung von anderen Experten und Expertinnen? Achte außerdem unbedingt auf deinen Arbeitsrhythmus. Wie arbeitest du konkret? Wann hast du deinen Tageshoch und wann dein Tagestief? Wann brauchst du eine Pause? Fakt Nummer 3. Stelle fest, wo genau es hakt. Die meisten der täglichen Tätigkeiten erledigt der Mensch nach über die Jahre fest eingeschliffenen Handlungsmustern. Nach einem gewissen Schema, bei dem automatisch Teilaufgabe auf Teilaufgabe folgt. Für die Präsentation stellt dann zum Beispiel erst die Unterlagen zusammen, bereitet dann die Information für den Kunden die Kundin visuell auf. Solche Handlungsmuster sollten ganz genau unter die Lupe genommen werden, wenn du feststellst, dass es an irgendeinem Punkt die Motivation immer gegen Null geht. Finde heraus, welche Teilaufgaben hierfür der Auslöser sind. Du wirst feststellen, dass es einen konkreten Hintergrund für den Motivationsschwund gibt. Das kann Unsicherheit sein, weil du etwas erledigst, das nicht zu deinen Stärken gehört. Oder Langeweile, weil ein Schritt eine Menge stupider Zahlenarbeit abverlangt. Überlege, was du tun könntest. Delegieren? Jemanden um Unterstützung bitten? Etwas vereinfachen? Ein Blick von außen bewirkt wahre Wunder, wenn man selbst den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Die Perspektive einer anderen Person kann frischen Wind in den Ablauf bringen. Vor allem bei Handlungsabfolgen, die man bereits seit Jahren so praktiziert. Man ist routiniert in den Abläufen, aber entdeckt nicht, wo noch Potenzial zur Effizienzsteigerung liegt. Faktor Nummer 4. Schüttel Negativität ab. Entscheidend für die Stärke der Motivation ist auch, welchen Dingen du Beachtung schenkst. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Gedanken wie, das schaffe ich nie, senken die Motivation und man wertet sich selbst ab. Macht sich selbst kleiner als man ist. Lerne aus Fehlern und Pannen, aber schüttel sie dann noch wieder ab. Das kannst du wortwörtlich nehmen, indem du deinem Körper einmal komplett ausschüttelst. Dieses Verhalten kannst du wunderbar bei Tieren beobachten, die sich nach einer Stresssituation heftig schütteln und schon ist die Aufregung vergessen. Wir tragen emotionale, physische oder mentale Last oftmals viel länger mit uns herum als unbedingt nötig. Stell dir also vor, wie es wäre, eine Last loszulassen. Einfach nur als Option. Könntest du die Erlebnisse hinter dir lassen? Wie würde sich dein Alltag verändern, wenn du dich von all dem alten Ballast befreist? Dazu habe ich eine wundervolle Visualisierungsübung. Stell dir einmal vor, wie du dieses Paket oder dieses Päckchen an Last an einen farbenfrohen bunten Ballon bindest und ihn ganz sanft in den Himmel steigen lässt. Du kannst diesem Ballon noch nachschauen. Nach und nach verschwindet er ganz langsam aus deinem Sichtfeld. Richte jetzt deine Aufmerksamkeit wieder auf Positives, deine bisherigen Erfolge, neue spannende Ziele. Und Faktor Nummer 5. Führe ein tägliches Erfolgstagebuch. Durch das Aufschreiben fixierst du Erfolge, die in der Hektik und dem Trubel des Alltags leider viel zu schnell untergehen und ihren Glanz verlieren. Dabei gilt, ein Erfolg ist ein Erfolg ist ein Erfolg. Kein Erfolg ist zu klein, um nicht gewürdigt zu werden. Somit trainierst du dein Gehirn, den Fokus immer auf die Erfolge im Leben, anstatt auf die Misserfolge zu richten. Denn das Gehirn beschäftigt sich lieber mit den Misserfolgen und grübelt ewig lang über Hätte, Wäre, Wenn. Es braucht 10 Erfolge, um einen Misserfolg zu neutralisieren. Mein Erfolg des Tages ist, dass ich diese Podcast-Folge aufgenommen habe. Die Produktion habe ich mehrere Tage vor mir hergeschoben. Denn das Wetter war einfach zu wundervoll, ich wollte Zeit mit meinen Liebsten verbringen. Doch verrückterweise hat sich die Motivation für diese Folge nicht eingestellt. Du siehst also, auch wenn ich es weiß, dass Motivation beim Tun kommt, tappe ich selbst gerne in die Prokrastinationsfalle. Durch das Aufschreiben deiner Erfolge kannst du kontinuierlich die Änderungen und Verbesserungen deiner Fähigkeiten beobachten. Mach daraus eine Routine, indem du dir am Ende des Arbeitstages oder vom Schlafen gehen dein Erfolgstagebuch zur Hand nimmst. Das ist der Grundstein deiner Sammlung von persönlichen Erfolgsmomenten. Hier nochmal die Zusammenfassung für dich der 5 Erfolgsfaktoren. Faktor Nummer 1, setze dir konkrete Ziele. Faktor 2, behalte deine persönliche Arbeitsweise im Blick. Faktor 3, stelle fest, wo genau es hakt. Der vierte Faktor ist, schüttel Negativität ab. Und Faktor Nummer 5, mein persönlicher Lieblingsfaktor, führe ein tägliches Erfolgstagebuch. Die Selbstständigkeit erfordert Mut, Ausdauer und Selbstvertrauen. Aber die Freiheit und Erfüllung, die sie dir bietet, sind unschätzbar. Erinnere dich jeden Tag daran, warum du diesen Weg gewählt hast und feiere jeden kleinen Schritt auf diesem Weg. Deine Stärke und deine Leidenschaft sind der Schlüssel zu deinem Erfolg. Und dann kann dich auch nichts und niemand aufhalten. Herzlichen Dank für dein Vertrauen. So schön, dass du mit dabei warst. Wenn du einen lieben Menschen kennst, dem du mit dieser Folge inspirieren kannst, dann leite ihr oder ihm unbedingt den Link zur Folge weiter. Bis zur nächsten Folge. Go with the flow. Alles Liebe, deine Christine. Was ist die Ver 1951? Bis zum nächsten Mal.